Willkommen bei einem neuen Let's Play! Let's play, Burstie! Pass beiseite. Willkommen in dieser lustigen Runde. Es ist soweit, die neue Season hat angefangen. Und dieses Jahr wollen wir auch wieder mal anfangen mit einer neuen Season für uns als Team. Keine Angst, das läuft nur ein, zwei Folgen, dann ist das auch alles wieder vorbei. Genau, richtig. Wir wollen es mal, ne? Richtig versuchen hier, vielleicht schaffen wir dieses Jahr ein bisschen mehr als Bronze. Wir spielen gegen Impossible. Mal schauen, wie das Ganze wird. In the what, I say what, what. Wow, ich wirklich lange. Und Schwana ist top. Da wunderbar. H, 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 H. Aber ne? Ruhe bis Level 6. Wegen was? Wegen Warbeck. Ach so, Wegen Warbeck. Und dann Level 6 ist echt du es. Aber dann wird es ärgerlich, soll ich Mikael spawn? Ich glaube, woher kommen Sie damit glänzen? Ja. Ich glaube, von meinem Blut zum Gegner ist schon Red, okay? Boah, da ist aber mutig. Aber wir haben einen Moment mal Freunde, wir haben Blitzcrank. Die werden, glaube ich, fest davon ausgehen, dass wir den Blue von denen haben wollen. Ja, stimmt. Deswegen sollten wir echt gucken, ob wir nicht alle zum Red gehen. Aber die sind, glaube ich, die sind stärker, oder? Können wir diese Tryhard Invade Taktik mal sein lassen? Ja, ich glaube auch, wenn die klug sind, dann covern die auch Red und dann steht da einer, dann laufen wir in den rein, hauen den halb um. Die anderen kommen alle hoch oder sogar aus? Ja. 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 Da sind die Twinkie. Ja, die Twinkie. Ja, die Twinkie. I said Twinkie, you said Twinkie. Äh, Dorans, ne? Dolan. Dolan. Oh, you. Wir covern Red unten. Ach, guck mal, jetzt ist unser Ping wieder normal. Was waren da letztens kurz? Denk dran, Bessi. Smiley direkt zu Beginn. Mag, check mal. Wenn die gut covered, klappt das. Check mal meine Stats. 0, 0, 0. Nein, ich mein, äh, ne? Was sollte ich bei Jingle, äh, bei der hier als erstes killen? Ich mach immer mit W am Anfang den Jungle. Oh, mein Akku ist fast leer von meinem End. 68 Damage. Hä? Nein, alles, alles da drunter. Was ist im Kopf? Komplett leer. Kein Armor, keine mehr, kein Move und Speed. Was hast du dabei? Komplett Armor Pen? Ja, äh, Armor Pen, äh, äh, Rot und Quince. Mannarek auf Level 18 gelbe und 5% CDR blau und 3 Mannarek auf Level 18 blau. Okay. Also, da ich jetzt das Jungle Item nicht fahre, dann muss ich irgendwie anders auf Mannarek kommen und ich baue jetzt zwei Butter, also einmal Klever und einmal Glow. Oh, fuck, 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 fuck. Da haben wir den, da haben wir den Cheese. Was? Whatever floats your boat. Äh, was machen wir jetzt? Mach den los, mach den los. Ey, warum hab ich von Anfang an auf mich gehört? Warum warst du nicht hier ganzes Anwesende? War ich, aber auch die Kamera war mal hinter mir. Was machst du denn jetzt? Ja, die werden jetzt wahrscheinlich alle... Ja, deswegen, ab zu deren Blue los. Ja, das denken die sich doch jetzt auf. Das geht nicht, das geht nicht, das geht nicht. Das sind einfach Red starten und fertig. Ja. Ja. Ja, was'n Scheiß, ey. Mann. Ja, schön, äh, wirst sie, äh, erwischt. Weißt du, ich sag's doch, lass'n deren Red machen. Nein, 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 nein. Ja, du wurdest doch sowieso beim Blue gekillt. Also da hättest du keine Ball gespielt. Ja, ich weiß. Da hat aber auch jemand nicht richtig viel covered. Ja, richtig, vor allem mit der Anwesende covered. Der Typ, der am meisten rumflammt, geht mal weg hier. Jetzt hab' ich das Meisten sogar vergessen. Ich raste aus. Äh, es ist der Tipp zu Ohren gekommen. Nimm dir Zeit. Du bist gemuted, weil du trinkst jetzt das. Ja, nimm dir Zeit, Wursti. Kurz zur Information. Was soll ich mir als nächstes killen? Ich mach' Gu immer. Ah ja, eh, 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 sorry. Egal, geht beides gut. Wursti, für dich zur Information. Ja. Gucken, dass, äh, du relativ früh smites, weil der Smite... Ja, weiße. Ja, weiße. Er hat's noch grad verpeilt, aber das passt schon. Ja, weil ich, äh, warte... Entschuldigung. Nein, war ja nicht böse gemacht. Ratatatata! Ah! Jinx steht für Jinx. Gönne die Creeps, gönne die Creeps, gönne die Creeps, gönnen sie dir, gönn sie dir, gönn sie dir... Ja, aber ich warte, dass sie, ne... Ja, ist doch richtig so. ...gönnbar sind... Oh, 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 oh. Reicht, reicht, reicht. Äh, das wollte ich gerade die dicke Wumpe anschmeißen. Aber nein... Oh, shits. Blitz. Alter, ohne Blues hast du butthurt mäßig. Mit Zedo auf jeden Fall. finde ich gerade am ohne blue ist es battert ja auch urst richtig ja genau du hast mich getroffen was der film einer verbraucher der blitzkrieg aber gut wir kriegen uns in wohnert oder so der kuh oder was er gönnt sich geschmeidig 120 mal naja ich habe 280 das ist ja sehr schön weil du hast mich verpasst nein oder noch ein kann es eigentlich noch einen reinhauen dann müsstest du dir gönnen können einer noch aber sauber er vorgab jetzt heute was so leid hast du sauberm 4 ich hab grad alles rausgehauen ich Idiot wer vielleicht alles ja das hätte vielleicht mein Tod sein könnte das ist jetzt nicht wieder es hätte vielleicht wie gesagt mein Tod sein können so richtig ich habe er wie eingesetzen ist mein erstes normal glaube ich mit der rea freunde und dabei ist es nur und aber meins ich bin echt ein sensationeller carry ich habe die doch gesetzt wir haben plätze getauscht also ich und er aber ich hatte eigentlich meine dings anvisiert ich habe das nicht besser ist wenn du weg hier doch nicht drückt ihr ein co und dann war es das ich habe es gewordet wurscht einfach da wo sie ließ weg also back also die kannte immer wieder auftauchen ich bin verrückt ich habe mal test auf keine taktis nimmt alles cool äh Trash Missbotten Trash Trash jetzt ist für mich Zeit wegzugehen wo ich könnte ja mal ein bisschen beten auch guter Betten Uuuuuh Red Passive Nanananana Nanananana Vorsicht ne hier ist Trash NEIN Jajajajaja LOL Feuchte Trap Oh LOL Schon Nanananananana Ich wollte eigentlich nur den Twinkie setzen aber gut hat sich ausgezwungen Faschgaststund Pass auf dieses Level 6 Pass auf Pass auf Pass auf Pass auf Geweckt Du hast gewonnen Diese schwere Konzentration beim Ranking Ost hört man gar nicht Stand Was soll ich denn sagen? Ich bin da rein in der Mitte Red ein bisschen mit dir selbst Macht Spass Andere spielen ja auch mit sich selbst Och Gott Ich hab schon kein Bock mehr Alles cool Total Vor allen Dingen weil ich so viele Creepgills hab Yay Das ist zweitrangig Wir kriegen das alles hin Jetzt schnell Oh Äh Catelyn Mist Ja Catelyn Mist Der ist wahrscheinlich auf dem Weg in die Mitte Er ist wieder da Wir können nur verlieren Wir schwimmen gegen Impossibruuuu Impossibruuu Man könnte ihn Oh Warum pusht er eigentlich so weit nach vorne? Du weißt ja ganz genau aus der Jungler kommen Hey ich hab da Ulti Blablabla Du wolltest nur wieder Dings suchen um mir einen reinzuwürgen Ja natürlich Hey da hab ich gar nicht hingeklickt F*** Was? Ich wollte jetzt falsch wie er hier rumpimmelt Ja Loop Lauf da rein ist gut Bovic hat kein Flash Bovic hat kein Flash Oh Na 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 Jetzt hab ich nen Ohrbom davon Schlimm Warum das? Alter diese diese Buildpuffs von AD Dings sind so geil Du kaumst einfach 10 Long Swords Und du kannst alles draus bauen Nein, nein, nein. Was? Warte ich's nimm die Trap. Äh, beide miss? Ja, Buck miss. Vorsicht Busty. Mhm. Warte, gerade mich mal. Ich will mal warden gehen. Äh, Mitte aufpassen. Ich hab mal ein gutes Gefühl. Ich hab auch miss? Wie gesagt, beide miss. Hier ist das Drake. Der Drake ist noch da. Die sind weg, vorsichtig beim Blue. Ich hab mal ein gutes Gefühl. Mhm. Wir einkaufen. Wo sind die auf einmal hin? Weggeportet vielleicht. Shoppen. Sauber, ich hab einen Sidestong. Sauber, weil es den Blue gesnackt. Mhm. Not the bad there. Ich glaub, baust du später noch Leben, oder gehst du voll auf deinen Lebensaufbau? Oh, wow, 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 Leute, wow, 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 wow. Mhm. Wollt ihr den Snack? Nein, 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 geh doch nicht rauf, um Gottes Willen. Weg, 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 weg. Kommt zu uns nach unten. Du kannst, glaub ich, mit Kuh durch die Wand. Wenn er dich jetzt sieht mit seinem E, bist du am Arsch. So, sonst hast du Sicht, falls er kommt. Also, wow, ich war zuletzt hier unten. Der ist in unserem Dandel, der ist hier, ne? Ich hab hier den Eingang gewordet. Ich weiß nicht, ob du oben gewordet hast. Spotlang komplett miss. Wortsicherheitshalber auch nochmal drag'n. Man weiß ja nie. Also, unten ist hier zwischen. Ich hab halt nur oben nichts zu morden, ne? Ich werd da jetzt noch nicht hochrennen. Ey, die ist auch nicht, ne? Ja. Warte, lass mich. Oh. Waschka, du kommst da oben klar? Ja, ich könnte jetzt nen Gang gebrauchen. Also langsam, gerade. Ja, ja, bin gleich auf dem Weg. Wasch ist hier, glaub ich. Ey, Elise, Elise, Elise weg, ne? Die kommt irgendwo hin gleich. Botlane, oder was? Okay. Aber jetzt ist wieder miss. Jetzt? Ne, da ist wieder. Da folgt keine grabs irgendwie. So, Waschka, komm mal. Waschka, komm mal. Ich hab grade miss. Wartlane ist alles cool. Okay, top wieder da. So. Oh. Boah, wie gut. Ja, du hast mich getroffen, genau. Bursi, komm hier, Counter ganken, schnell. Komm sofort bitte, wenn du dein Ding hast. Ja, komm, komm. Späte. Counter gank, Mitte, ne? Achtung, beide miss. Ne, doch nicht. Ja, passend. Ich engage. Ja, komm mal, komm mal, komm mal. Ach, Mann. Kann das sein, dass du ein Bogen nach oben links gelaufen bist? Ne, ich bin direkt zu ihm. Ich bin direkt runtergelaufen, als er losgelaufen ist. Ich hätte eigentlich erwartet, dass du direkt auf Dings gehst. Auf Warwick mit Ulti und allem drum und dran. Achso, ja. Weil, bringt ja nix, wenn ich direkt sterbe. Warwick macht sich einfach zu Dragon. Sorry, dass du wegen mir gestorben bist. Mir ganz doll leid. Halt die Klappe, ich versuch sachlich zu bleiben extra. Ja, ne, das war jetzt nicht extra gemacht. Das war... So ein extra, aber... Nein, das auch nicht. Nein, auf keinen Fall. Äh, ihr könnt sonst auch Bescheid sagen. Ich stand halt hinter ihm im Bus staff. Wegen einer Ulti vielleicht. In dem einzelnen Bus stand ich da und dann... Ich war zu weit entfernt von ihm. Sei bereit. Sei bereit, hier. Wow, ich mach grade, ne? Ich mit Ulti, oder was? Ja, ja. Richtig. Ich stehe jetzt nicht alleine. Wann soll ich? Bleib einfach bereit. Auf eigenes Ermessen. Und... Jetzt. Zu früh. Spät, mein ich. Schade. Scheiße. Das ging auf einmal so schnell. Komm, ich komm, ich komm. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Um Gottes Willen. Tapping Silenced. Ich kann nix mehr tun. Ich bin exhausted. Mehr kann ich jetzt wirklich nicht tun. Nein, Urs nicht. Lauf. Lauf, lauf, lauf. Katelyn Ulti ist auch schon raus. Sei bereit? Du bist ausm Busch, ne? Ja. Okay, hat sich geklärt. Hier drin ist gewollt. Hört sich. Warte, ähm, warte. Du kannst du top kommen. Bitte ist viel wichtiger. Ja, geht mal mit. Das hat sich geklärt, Junge. Boa, ich hab keine ulti. Ja, wird besser, wird besser. Ich bin so scheiß mit dem Grabben heute, ich weiß auch nicht, was mit mir los ist. Aber Trash ist halt auch ein netter Counter, ne, wenn ich so überlege. Er spielt einfach besser als ich, das ist Fakt. Wen haben wir überhaupt im Jungle? Ach ja, wow, warte auf mein Signal. Okay. Geh rein. Ja, sauber, gendios. Schönes Ding. Warte, ich nehme den Schweb. Ja, sauber, gendios. Ja, geht, du holst echt auf. Du warst am Anfang 45 im Rückstand, jetzt sind es noch 30. Nur noch. Ja, aber es wird besser. Okay, ich dick aufs Maul. Lauf. Nein, sie wird mich jetzt mit Ulti sehen, sei bereit. Sei ein Ritter, sei bereit. Okay, ich muss back. Also, du hast keine Mana mehr, ne? Nee. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Boah, sauber. Ne, der Dingsmiss, ne, Indies. So, Shureda ist fertig, endlich. Pa'r Eilon. Komme. Pa'r Eilon. Paschka, wenn ich Genke, schaffen wir die? Ah, die haut einfach ab. Ja, die haut einfach ab, aber irgendwie, irgendwie müsste ich wenigstens kurz die über meine Lando annehmen. Ja, dann ist Mitte weg. Scheiße. Ich geh, ich geh top, ich geh schon top, Haschka, bleibt noch ein bisschen. Okay, abbrechen, abbrechen. Nein. Was? Du standst doch im Creep drin. Oh nein, wie ärgerlich. In BV-Ulti. Scheiße. Ich bin auch noch gekommen. Ist egal. Late Game. Mal gucken, dass du nicht raus gehst, sondern nur farmst. Okay. Und. Die kommen mitte, die wollen nicht mehr. Alter, ich bleibe zu schlecht. Die wollen nicht mehr. Die kommen hier hin. Ich komme auch wo es. Ja, muss kommen, sonst kann ich den Tau nicht halten, ne? Ja, ich muss mal Präsenz zeigen. Ich komme auch. Okay, die hat gerade abgedreht. Ich weiß nicht, ob ich jetzt nicht direkt in die Arme laufe. Komm mal. So. Ich bin zu spät, komm. Hier, Shuredas, go. Bring nix. Sie hat keine Ulti, ich hab gar nix, Mark. Die macht am Ende. Fertig. Ein Hit. Ein Hit. Ein Hit auf die Kills immer. Und dann warten bis... Du wirst sie. Ein Hit drauf. Dann warten bis der Tau einmal drauf schießt und dann noch einen zweiten Hit drauf kommt. Komm mal, ich die gefunden hab. Okay. Pass auf Top Miss. Dann wirst du ganz, ganz mitte helfen gehen. Ja. 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 Genau. Miss. Miss. Top. Achtung. Und auch noch zueinander. Vier Mitte. Ah nein. Oh doch. Ich wollte dann kurz die Kills ohne, dann komm ich Mitte. Oder sag ich sofort, komm. Hm. Nee, hält sich relativ stabil. Ist das? Ich lass dich nicht vom Trash schnappen. Ich kann dir auch gar nicht helfen. Jetzt musst du mit. Was ein Scheiß ey. Der Trash ist verdammt gut. Geht ihn wieder top. Nein. Nein. Seid ihr bereit? Tu es. Ich bin so schlecht ey. Das ist nicht mehr feierlich. Wo spielst du denn dann? Vor allem der Seufzer kam bevor du den Gap überhaupt eingesetzt hast. Fuck, fuck, fuck. Irgendwie bin ich gar nicht informiert. Ich weiß nicht. Scheiße. Ich hab heute glaube ich erst einen Grab getroffen oder so. Das ist so erbärmlich. Es tut weh beim zuschauen. Ich hab alles auf Band. Wir machen jetzt mal hier Mitte ein bisschen Druck, okay? Ja, ich hol mir unten die Creeps. Ja, du es. Alter. Ich bin doch nur zwei Mal gestorben. Warum hat die Catelyn denn 5-0? Wo ist kannst du die Bursten? Ich bin so schlecht. Nein, jetzt nicht. Zweig ist da. Erklär mir mal, warum hat die denn 5-0? Weil die besser ist. Ja. Aber ich starte gleich mal was und bleib mal was machen. Aber ich bin ja nur zwei Mal gestorben. Okay, ich hab alles ready. Geh doch nicht mit dir. Du musst ja da bleiben, wenn du dir denken kannst. Alter. Alles klar. Die ist da, warte. Also was ist dein Plan? Sag mir das vorher. Ja, ich will gucken ob Catelyn da ist, aber nee. Warte mal. Ich hab Ulti. Ja, warte ich muss bei Amity Spinnen weg. Ja, okay geh rein Basti. Mach Ulti, Ulti, Ulti. Und? Los. Schön vorausschauung. Direkt gesilenced. Und exhausted. Schön gemacht, schön gemacht, sehr gut. Bei Elys, die Ulti ohne Umschweife direkt sind, weil sonst macht die eh. Weg, weg, weg. Du bist gar nicht. Hm? Am besten aus dem Bus sogar noch. Hm? Thomas. Ich werde ich in die Trap. Ich darf hier mal kurz die Trap. Vielleicht kommt es wieder Mitte. Kannst du ein bisschen einkaufen? Ja, ein bisschen. Sauber. Also ein bisschen... Farmerama. Ja, wir finden schon noch ins Spiel rein. Das werden wir schon hinkriegen. Alter, guck dir mal, guck dir mal oben Shyvana an, Mann. Ich krieg, ich krieg nen Krampf, ne? Also so richtig Krampf. Ja. Ja, ihr seid farmmäßig auch echt gleich auf. Wo ist dein Plan? Ich hab Jureli, ist alles ready. Ist Crank wieder ab? Ja. Ja, die sind auch gerade auf der Gännen. Ja. Ich laufe direkt rein wie so ein Vollhorst. Ach man. Egal, lass mich sterben, lass mich sterben. Das ist Waste. Der ist schon down. Der ist schon down. Der Blitzcrank ist so ein Lappen. Du bist der Lappen. Du bist der Lappen. Ja, sag ich's doch. Oh, oh, oh. Pass auf, Batschka oben. Ja. Die Essenz, die Essenz kommen hoch, Batschka, die kommen hoch. Die Essenz, die Essenz kommen hoch, Batschka, die kommen hoch. Die Essenz kommen hoch, Batschka, die kommen hoch. Die haben die Mitte machen können in der Zeit, wo die Arme Schengen gemacht hat. Das hätten wir sowieso nicht fallen können. Kann nicht halten. Weil die einfach... Weißt du? Einfach meine Tech-Speed reduzieren und äh... Ja, ja. Wow. Ich hab zwischen den Durchfall, die Meurerlecks. Was soll denn der Scheiß? Weiß ich nicht. So, ich ward jetzt mal hier. Ich bin bevor ich sterbe schon wieder. Oh, da ist jemand am Blue. Oh, da ist hier eine Menge am Blue. Wollt ihr engagen oder nicht? Oh, wir müssen weg. Er trifft mich schon wieder, ist klar. Du nicht. Du bleibst hier. Lauft, lauft. Lauft. Ich hab's nicht gesprungen. Ich hab's nicht gesprungen. Du will nur einen screaming. Du zeigst ihn wegen kleine Grabs greppen. Ach, ich hab's nicht gesprungen. Ach, ich hab's nicht gemacht. Ich hab's nicht jetzt core-geld. Ich hab's nicht gesprungen. Das kann gut sein, Tagesform. Nee, einfach nicht dein Tag. Ja, vielleicht. Das ist nicht dein Ja-Lol. Ein Lol-Ja. Ja, geht. Von den Placements habe ich auch schon zwei gewonnen bisher. Weil von wieviel? Von drei. Nee, von vier. Ja, klar. Voll eklig eigentlich, dass da irgendwelche spinnenlos... Hier einfach platzen, bot rein wird gepusht. Ja. Du bist wieder gemutet. Jetzt habe ich nichts auf meinem Sidestown. Ach, ich könnte AA machen. Ich komm bitte, Wurst. Achtung, Catelyn war gerade eben noch hier unten, jetzt nicht mehr. Warum? Ich sehe schon die ganzen Youtube-Kommentare. Du Noob, du Noob, du Noob, du kannst keinen Blitzkrieg spielen. Völlig zu Recht. Golte zumindest. Ja, echt. Gesterben. Ich komm auch, ich komm auch. Hast du grad Ulti gezündet? Nein. Ich glaub's nicht, jetzt treff ich. Alle gesilenced. Bömmchen ist da, ich komm da. Ja, dann gib Vollgas. Ich mach Palava, ich mach Palava, ich mach Palava. Komm, Mist. Ich versuch's, ich versuch's, ich versuch's, ich versuch's, ich versuch's, ich versuch's, ich versuch's. Ach komm ey, ich raste aus. Weg, 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 weg. Wir haben mit drauf gezogen. Warum mach ich denn überhaupt? Nein. Warum mach ich denn gar keinen Schaden? Ja, tu's. Wie der Tower dem Warwick kein Damage, macht doch wirklich Null. Ich hab doch da die ganze Zeit auf Elise draufgekloppt. No Damage, no Cry. Geil. Und ich hab zwei, 102 AD. Das läuft echt nicht so prickelnd. Ach, ist ja als das erste. Echt mal. Jo. Es ist noch nicht vorbei. Nö, ist es auch noch nicht. Ne, Blitzking, sag ich nur. Ja, richtig, wenn ich mal treffen würde, ist alles cool. Ja, wir müssen mal irgendwie gucken, dass wir ein bisschen pushen oder so irgendwie. Okay, die haben schon zwei Randways, das ist das zum Thema. Wir brauchen keine AD Carry, wir brauchen Penn. Unbedingt. Ich mach das gleich. Hier, da, 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 da. Okay, ich hab schon gemacht. Ja, hab ich doch gesagt. Die müssen im Prinzip nur Rüstungen bauen. Ja, ne, Penn, meine ich mag. Ja, wir brauchen auch mal Pennen, dringend. Wir? Ja. Aber jetzt geht's doch mit dem Farm, ja. We need a Penn, we need a Penn. Wenn ich mir im Vergleich dazu die... Affirmative. ...Caitlyn angucke. Ist das aus dem Witz? Papi in Pupa. Komm, lauf. Bruce Missile incoming. Was? Ja, sei ins... Ach, schade. Woll ich unten pushen? Oder lieber abdrehen? Wir haben Ulti, ich hab Ulti, meine Freunde. Push mal, wir haben... Hier Mitte. Ich hab halt nur den River nicht gewordet. Jetzt würd ich abdrehen. Backporten oder laufen? Okay, ich sterbe. Back. Äh, ich hab keine Ahnung, was man jetzt machen soll. Keine Ahnung. Ja, sterben. Sterben, ja. Laufst du mir auch nach oben? Ne, bringt, bis die Mühe nicht wehrt. Der hat aber, glaub ich, gerade seine Ulti noch angeschmissen, Herr Warwick. Hm? Wir haben einfach ne Sekunde zu lange gewartet. Hm? Wir haben ne Sekunde zu lange gewartet. Oder zwei. Was? Nein, nicht stehen bleiben! Was tust du? Ja, ich war grad am Tower. Und der flasht, halt. Warum flasht du? Weil ich das gekochen konnte. Ne, hab ich ja grad... Aber der eh, der eh macht mal nichts. Der stammt doch gar nicht oder so. Achso. Vielleicht kommt sie gleich Warwick vorbei, wenn ich mal treffe. Hätten wir einfach mal jemand anders. Irgendwo. Neu? Warum da Stundenglas? Los, 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 los. Bin dabei, bin dabei, bin dabei. Ulti fliegt, Ulti fliegt, Ulti fliegt, Ulti fliegt, Ulti fliegt. Sauber. Door, los, ran, ich muss gar nicht... Nein, dazwischen! Ich bin dazwischen dran. Nein, bist du nicht. Ich bin unterwegs, ich bin unterwegs. Ich bin unterwegs. Ich bin unterwegs. Ja, erst mal, erst mal der ADC, bleib hier stehen. Drei Sekunden bis dann. Bist du exhausted? Ja, macht down. Könnt euch. Die mach ich auch. Die will mich... Schön gemacht, schön gemacht, schön gemacht. Wir pushen Mitte und geht Deffen. Ja. Mitte und dann in Deffen. Obwohl, die sind nicht, die sind nicht am pushen. Pushen weiter. Go, 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 go. Direkt weiter. Drake, Drake, Drake. Nein, nee, 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 nee. Drake, nee, 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 nee. Wir sind auch gleich da. Okay, weg, 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 weg. Hier, Shurelias. Hier, Shurelias. Warum bin ich denn noch so langsam? Warum ist die Chiwana so schnell? Ja, weil weh. Ich hab trotz Shurelias und weh und Flash hat die mich noch gekriegt. Wollte dich auch was stehen lassen. Wollte dich auch was stehen lassen. Und Dreierboots. Waschka, nein. Ja, super. Einfach, ne, einfach nie mehr laufen, laufen. Sunfire macht schon hin für andere. Ich bin irgendwie weggekommen. Noch. Nicht. Oh mein Gott, wie Sunfire, wie Sunfire sogar noch gekriegt hat. Ja, haben wir das gesehen? Die 40 Schaden. Ja, eigentlich hätt's. Ne? Bei mir jetzt, oder was? Ja. Äh, top. Schnell neben den Leffen. Ich bin unterwegs. Ich laufe. Das war krass. Ich brauch kaum Gras. Du hast halt grad dicke Kohle gekriegt. Mitte kommt Elise. Ne, ich hab auch erstmal Armor Pen geholt. Ja, jetzt brauchst du nur noch, wie viel Leben hast du? Rüstung und so'n Scheiß. Ich hab 88 Rüstung und... Äh... Jetzt hat er alle drei Wards gesetzt. Ich hab nur einmal gedrückt. Seht ihr das? Du hast dich doch danach auch wieder entmuted. Ja! Hier, direkt Ulti drauf. Ah, schade. Okay, jetzt geht's wieder los. Nein, meine Ulti, fuck. War noch... Ah, sch... Die sterben sowieso. Wie können die solche so... Die kriegen irgendwie... Mach ich denen gar keinen Schaden. Also so gar nicht, gar nicht. Hast du schon einen Crit irgendwie? Hier, ich hab äh... Klingel der Unendlichkeit. Gar nicht, gar nicht. Gar nicht, gar nicht. Ja, aber so... Wirklich gar nicht, gar nicht. Selbst Elise auch nicht. Sylvana kommt raus. Der Trash ist so unglaublich gut. Der schmeckt mich so gut. Der Carried was richtig hart. Ja, nicht nur der. Hier die Elise auch. Fuck, wie die uns locker wegsnacken. Also klar besser. Ah, so klassisch auf... So richtig klassisch auf. Hier geht Elise ja auch nicht. Was heißt ein klassischer OP? Sehr, sehr tanky. Diesen 3? OP? Los, die holen wir uns jetzt hier. Hä? Direkt Ulti. Ich hab keine Ulti. Nee, weißt du mal nicht. Mach Ulti. Pass auf, dass du nicht spinnenform. Marc, ich mach... Ich setz jetzt die ganze Zeit Ulti ein, wenn ich keinen hab. Äh, bitch please, denk nochmal nach. Okay, lauf, 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 lauf. Nicht rein, raus. Warum mach ich sowas? Das war doch so ein klarer Bait. Aber wir sehen natürlich jetzt, wo sie längs laufen, durch diesen 3. Ähm. Das war so ein offensichtlicher Bait. Du kannst die Ulti schmiten, wenn du kannst. Du kannst nichts machen, du stehst einfach nicht. Du kannst nur eine Ulti reinschmiten. Ja, hau los, hau los, hau los, die Ulti los, 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 los. Ulti, Ulti, Ulti. Ist unterwegs. Naja, zu spät. Park, ich wollt grad smiten. Ich hätt's geschafft. Hätt's geschafft. Lauf, lauf, lauf. Seine Ulti aufkalt. Alter, wär die Ulti nicht gekommen, ich hätt den weggesmitet. Warum kaufe ich mir Fage, wenn nicht du? Scheiße. Scheiße. Ich wollt nur den Kristall, kacke. Trinity Force? Force bauen? Nee. Wenn Elise und Caitlyn down sind, dann haben wir ne Chance. Wollt ihr das erstmal hinbekommen. Ja, richtig. Da unten ist Elise. Der Fenetration. Der Fenetration. Der Fenetration. Der Fenetration. Aber... Wir können nicht farm. Wir sind nicht raus, die haben komplette Map-Control. Wir brauchen mehr Wards. Ohne Witz. Wenn wir keine Wards haben, dann... Urz, die weg, Mann. Urz, Urz. Immer weg. Ich brauch farm. Unbedingt. du hast doch 200 ja mehr ist mehr leben hier 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 spinne ja lauf da sind immer noch drei andere die nicht erkannt sind oder wir sind halt mal zusammen aber wir können eigentlich keinen team fight straight gewinnen das ist nicht machbar steht 6 zu 26 die haben 20 kills mehr als haben was kann machen was sollen wir auf die spinne und future kommt das ist jetzt deine aufgabe ich bin über die wand rüber weg 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 wir haben sich raus jetzt auch okay doch irgendwie nix aus okay jetzt nicht in den kurs ist aber was sollte ich machen ich war sowieso wir haben keine chance wir machen den gar keinen schaden ich weiß nicht wie lange ich da jetzt drauf die machen uns so lange ich sie haben uns jetzt gerade vier gegen fünf bleibt gemacht das wird nichts ach was ach du meinst jetzt echt ja ist da wird gefaltet und nicht auch ja ja klar aber du klingt gerade so als ob man nur eine chance hätte ja echt mal gut ja ich bin echt scheiße die runde das nehme ich auch aus meiner kappe ja bringt nichts und das ist so ein bisschen aber nicht ein ich bin aber das ist nicht meine schuld wir sind ein team das ist immer komplett ja auch wenn es soll ein anderer macht in diesem fall bist du das macht dass wir verlieren auch genau dann gleich was aber mit der ulti das ist glaube ich erst mal wieder zusammen ein für zusammenfinden ja definitiv gleich gut mit blitzcrank und ich mit meinen jungen typen und wo ist allgemein ich glaube für dich ist doch besser warwick bus team ja für mich ist besser dass die aufgegeben ich habe ein poli gelandet ich glaube ich will nicht ich will nicht ich will nicht das ist die falsche einstellung ja ich muss man machen die jetzt voll kaputt wir müssen gut sein also leute wenn wir das spiel noch mal gegen die spiel nur den besseren gewinnt ihr da haben wir den besseren herrlich kommen wir beschlagen den wir beschlagen den unentschieden vor und machen leistet ja heimat heimwacht oder da 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 schweinern du es nicht warum nicht das müssen wir doch eh privat machen wir müssen unentschieden ist doch scheißegal dann war mehr ein witz als nach folgen tag aufgeben wollen ja eigentlich nur wenn die gute gewinner sind dann gern sonst sind sie hätte das hätte auf jeden fall klasse bewusst ob er back da oben links wir haben die ganze wort die ganze mit voll mit worts werden wo ist die ja auch noch gut weg 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 wir müssen irgendwie versuchen hier jetzt ein halbwegs vernünftigen teamfall zu schaffen sonst haben wir verkackt ok gab es nicht da ist doch nicht da eigentlich könnten wir so lange wo ich jetzt nicht direkt ok wo ist da ja schon erst direkt auch raus ja was damit tun wenn ich im ulti ist und ich mache dann breche ständig ab oder doch natürlich jetzt zum beispiel habe ich wenn ich wollte fokussend wo sind die geht wo sind die kerris hinten versuch ja kaitlin ist kaitlin ja Es ist zu spät. Wenigstens noch Caitlyn getötet. Nice, nice! Der grab! Der grab! Hilf mir, hilf mir, hilf mir, hilf mir! Scheiße! Was soll ich tun? Schade! Den einen Grab gerät! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott, was war das mit Grabs? Leckofunny! Ich hab das ganze Spiel nur so getan, dass die meine Grabs unterschätzen. Ja, dann lass jetzt mal fertig machen. Ich hab kein Bock mehr aufs Maul zu kriegen. Bitcher, mach mal! Ulti! Wer lebt denn gleich? Bursti lebt gleich. Mama! Ja, muss auch aufhauen. Ich weiß! In Himetal sind alle wieder da, oder? Nee! Alle weg? Und jetzt verteidigen sie, verteidigen sie! Massenfarm! Baschka vorholt sich. Juhuuu! Wie würde Baschka sagen, es hat was Gutes, ne? Man kann nochmal gut fahren. Man kann fahren. Außer wenn der Ost kommt und einfach reden, wenn der Ulti macht, krieg ich die Krise. Ach, krieg ich die Krise? Soll ich den mal jetzt verzagen? Kann das eigentlich sein, dass ich, äh, eigentlich das besser ist in Teamfights, wenn ich da, äh, mit der kleinen, mit der Minigun schieße? Nee, 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 nee. Weil das ja schneller ist, meine ich. Ja, aber... Der AOE ist knackig. Wenn du rund 525 Menschen reingehst, bist du sofort tot. Ja. Muss so weit wie möglich weg sein. Auf Single-Targets, klar, die Minigun, aber sonst ein Teamfight, wenn die nicht schön geknubbelt sind, immer Beste drauf. Ja, gut, die können sich jetzt halt grad nochmal bärbeln. Ich hab nochmal ne Ulti, die ich da reinschießen kann. Soll ich machen? Ja, lass mal, lass mal, lass mal. Ich brauche noch 100 Gold. Vielleicht triffst du ja. Nee, ich glaube nicht. Zu spät. Oh mein Gott. Die haben die Fliege gesehen in der Base. Du hast die Spinne fast getötet. Warum ist denn das dann nicht einfach explodiert? Weil die sind auf Champions. Nein, 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 nein. Sie hat hier, äh, Banjas. Sonja ist angemeldet. Sonja ist angemeldet. Sonja ist angemeldet. Sonja ist angemeldet. Die wusste, dass die kommt. Die wusste, dass die kommt. Weil die links unten am Minion vorbeigeflogen ist. Kriegen wir die irgendwie so gebetet, dass die hier oder hier hinkommen? Komm schon, natürlich nicht. Achso, dann müssen wir wieder deine Pulling-Gruise machst. Vielleicht lag ich noch ein Pull hin, lag gegen. Oh Gott, Paschka ist down. Ja, dann ist das Spiel sowieso vorbei. Ja, ich schwörst! Okay. Okay, okay, das war's. GG. Äh, wenigstens hat Paschka getrowed. Da hat er den Pull auch nicht getroffen. Nein. Allein wie viel Schaden die machen, ne? Schade. Naja, was willst du machen? Man hat mal ein schlechtes Spiel. Was willst du machen? Mal verliert man, weil gewinnen die anderen. Das war ja erst unsere erste Runde. Mal gucken, wie es dann weitergeht, ne? Tschüss und so. Tschüss. 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 Tschüss.